So meine Damen und Herren, hier haben wir das Feld, Tempo ist rausgenommen, da hinten kommt die Spitze und unmittelbar vor Ihren Augen wird der Rundengewinn vollzogen. Applaus für unsere Spitzenfahrer, eine Runde Vorsprung herausgefahren. Hier haben wir das Feld, noch zwei Runden, noch zwei Runden für das Feld am Triff hier.